Aber sieht schon alles sehr, sehr geil aus hier Und soll ich die Tür auch aufmachen? Warum ist sie ja markiert? Schön so, ne? Muss ich beide Türen aufmachen In der schwarzen Hand unter Verschluss gehalten Ich werde dir alles erklären, versprochen Ja, dann hoffe ich auch Im Flugzeug ist eine Karte, da findest du meine Position In dem Flugzeug? Ja sie ja Natürlich, ne Katze, ne Pinata Katzenpinata Darf ich die mitnehmen? Dann fliegen wir mal, ich hoffe die Stelle ist besser als am Auto Ich hab deine Karte, wo muss ich hin? Drehen, C halten oder X halten Fahrzeugpositionen wechseln Okay Aber die Espinosas mögen es nicht, wenn man ihrer Version der Geschichte widerspricht Ich kam ins Gefängnis, meine Frau redet kein Wort mehr mit mir Dein Ruf ist ruiniert Dein zwielichtiger Freund schien dich für ganz in Ordnung zu halten Ich habe im Gefängnis Verbündete gefunden Leute, die die Risse in der Fassade auch bemerkt haben Jetzt helfen sie mir, die Wahrheit ans Licht zu bringen Wofür brauchst du dann mich? Ich glaube, ich hab den Weg zu Otto Rongos Grab gefunden Dem letzten Herrscher über Solis Bevor die Espinosas kamen Laut den Geschichtsbüchern wurde Otto Rongo für zahlreiche Morde hingerichtet Aber ich glaube, die Wahrheit ist viel Komplexer Wir werden los Für wen? Was muss ich denn drücken? Ah, Shift Oha, Alter, diese Steuerung Die Wahrheit ist für die Reichen nichts weiter als eine wahre Gibt man genug Geld aus, Katsching Und schon wird die eigene Lüge zum Gesetz Du hattest eine Menge Zeit zum Nachdenken im Gefängnis, oder? Du hast ja keine Ahnung Und das nach links lenken hier und das nach rechts lenken Das machst du einfach mit Y und C, ne? Und mit VASD drehst du dich nur so Alter, ey Er geht ja auch Ach du Scheiße Was haben die mit dieser Steuerung gemacht? Also ich weiß nicht, ob ich jemand so eine furchtbare Steuerung gesehen habe in einem Spiel Ich glaube, die wird mich noch so ein, so einige Male richtig abwarten Gott, als ob ich das überlebe, Junge Der was? Ach, das ist eine Höhle, oben auf dem Berg Oh, das überleben wir nicht Oha 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 Uff Schnell raus doch Alter Was ist das für eine Steuerung? Ich kacke ab, ey Hush Naja laufen wir ein bisschen, nein Ja nur noch 200 Meter Ja, Mann Ja. Sorry, ich habe dein Flugzeug mitgebracht. Das kannst du da hinten zusammenpuzzeln. Das ist ein Relikt. Eine Figur von Otto Rongo. Sechzehntes Jahrhundert. Und damit wolltest du mich schlagen? Schlagen? Ich wollte weglaufen. Hallo, Vanessa. Komm ins Spiel. Ja, alles klar. Ja, die schwarze Hand war sehr interessiert an deiner Sammlung. Ja, nun, die Wahrheit ist eine mächtige Waffe. Oscar Espinosa befürchtet, ich setze sie gegen ihn ein. Und du glaubst wirklich, dass das Zeug in Otto Rongos Grab mir hilft, Espinosa zu erledigen? Erledigen? Vielleicht nicht. Diskreditieren? Mit Gewissheit. Und das ist Otto Rongos Grab? Nicht doch. Das ist nur das Grab seines Dieners Sumac. Aber ich komme hier gerade nicht weiter ohne meinen Zugmotor. Hast du ihn dabei? Verstehe. Allzu gut. Urlaub hast du ja. Nice. Legen wir los. Langeweile zur Zeit. Ja, das verstehe ich natürlich im Urlaub. Ja, und der Reft ist auch da. Willkommen. Ja, zur Zeit ist echt doof, ne? Urlaub haben. Also, was heißt? Also, will ich hier trotzdem gerne Urlaub. Okay, was ist das? Äh. Soll ich da unten hin? Ich glaub schon, ne? Ähm, ja. Ich hab morgen... Bei mir fang jetzt die Vorlesungen an. Morgen hab ich die erste. Äh, natürlich übers Internet, Videokonferenzen, direkt mal von 10 bis halb 4. Das ist auch. So, schauen wir mal. Ich glaub, ich sollte hier hin. Dieses Objekt ist der Grund, wieso wir einen Zugmotor brauchen, Rico. Ich glaub, es ist irgendwie mit der unterirdischen Maschine verbunden. Äh, bring mich da runter. Dann machen wir's so. Okay. Benutze den Motor, um an dem Ding zu ziehen. Ja. Okay. Was? Folgen? Das wird ein Scheißtag. Wie grad ist kaltes Eis? Ähm, nice, alter. Achso, die Strecke, ja, nice. Mega gut, ne? Joa, ich würd sagen... Abfahrt. Uff. Uff. Lol, alter. Der hat den Schöpf-Hallschirm nicht aufgemacht. Ja, die ist richtig geil, die Strecke. Was siehst du? Auf dem Evo-Server? Im Boden ist ein Mechanismus eingelassen. Hat etwa dieselbe Größe wie der Kopf. Das ist ein riesiges Schloss, Rico. Und der Uma ist der Schlüssel. Kannst du... Ach, krass. Ich hab den gar nicht auf dem Evo-Server gesehen. Wir haben den Neuen zugefügt. Kann das sein? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ja, ja. Ja, ja. Chill doch mal. Zum Beispiel? Uuuu. Uuuu. Ah! Irgendwas ist passiert. Eine Tür hat sich geöffnet. Dieses Spiel hat eine Steuerung. Das ist unglaublich. Und ein Toch-Left zum Mag für alle Zeiten. Bitte, Rico. Und du willst mir echt erzählen, dass du noch nie jemand auf die Idee gekommen bist, an diesem Holzhebel in diesen Tempel zu ziehen, oder was? Oder in dieses kleine Loch zu sprengen. Ist noch nie jemand auf die Idee gekommen? Seit über 600 Jahren. Okay. Da ist ein menschlicher Schädel mit einer Kerze drin. Zünde sie an. Natürlich. Ja. Da steht etwas an der Wand. Und begraben. Es bleiben nur noch fünf Betten. Kannst du damit was anfangen? Nein. Klingt, als wäre es eine Zeile aus einem längeren Text. Es muss noch mehr geben. Wenn wir damit Espinosa schaden können, bin ich dabei. Gut. Bei anderen, die Otorongo nahestanden, wird es vermutlich andere Zeilen geben. Du solltest dir die Gräber seiner Familie und seiner Berater ansehen. Ich halte die Augen offen. Natürlich sollten wir das. Hilf Javi, die Wahrheit aufzudecken. Suche und öffne die geheimen Gräber von Otorongos Familie und Beratern. Finde die alten Statuen und folge ihnen, um Javi zu helfen, die mehr über Solis und der Zeit vor, den Espinosas zu erfahren. Hilfst du Javi und seinen Kollegen, erhältst du den Mod. Und für den Zugmonitor. So wird das ja wahrscheinlich immer aufgebaut sein. Dem Sargento für die Luftheber, den für den Zugmonitor. Und hier komme ich jetzt wie wieder raus. Ich hoffe, er ist nicht nochmal so ein Flugzeug. Muss ich jetzt echt hier so wieder raus, oder was? Vor allem hier, weißt du? Wurde schon schön, wird aufgebaut. Hier liegt da. Aber da war noch nie jemand drin. Ja, ja, klar. Sagt mal deine Katze, Mann, hab ich. Ach, Junge, jetzt soll ich... Muss ich echt hier so hoch, oder was? Ganz großes U. Wobei das natürlich besser als bei anderen Spielen, wo dann auf einmal so ein ganz... so ein völlig offensichtlicher Weg zu sehen ist. Okay. Okay. Lass uns mal gucken. Hier sind wir jetzt schon. Mehr wird mir aber noch nicht angezeigt. Dann würde ich sagen... Machen wir wohl als nächstes... Das hier? Der riesige Wasserfall am Rio war... Ranae ist eines der Wahrzeichen von... Okay. Das ist also der Wasserfall gewesen. Okay. Äh, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes die hier. Aber... Sag mir doch bitte mal... Gibt's hier keine Schnellreise? Soll ich jetzt echt den ganzen Weg... hinlaufen? Das könnte dauern. Habe ich... Erinnert an Spider-Man? Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, das habe ich auch sofort gedacht. Was ist haarisch und schnurrt beim Streicheln? Ähm... Ja. Lassen wir das. Boah, jetzt muss ich echt den Weg dahin latschen, ne? Ne, Reisepunkt ist das mit den Heli's. Ich habe noch keiner. Äh... Gut. Ich würde sagen... Dann machen wir uns mal auf den Weg. Das sind ja nur 6,8 Kilometer. Komm schon. Du solltest eigentlich den Falschirm aufmachen. Okay. So wird das nichts, mein Freund. Ne, Katze wäre ich das. Ne. Ja, ne. Da rüber. Jetzt kommen natürlich sofort wieder die Heli's. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht nie. Ah, Leute, was ist los mit euch? Ich bin bei Prospero Robotica. Ach so. Du müsstest die Blaupausen an den Diagnosekonsolen auf dem Testgelände runterladen können. So kommen wir nach oben. Erreiche das Drohnen-Testgelände. Da hinten. Zu vorne. Ja, machen wir das zuerst, würde ich sagen. Das ist doch chatten. Cheaten. Das ist der Enterhaken. Das ist der Enterhaken. Das Drohnenflug-Testgelände. Wo sind diese Konsolen? Die Blaupausen für die einzelnen Drohnen-Modelle müssten im jeweiligen Testbereich zu finden sein. Luftunterstützung ist unterwegs. Okay. Drei Punkte, die wir absuchen müssen. Die Waffenkiste ist auch da. Schön. Schieben. Hallo. Oh. Werden wir hier drunter verstecken. Kommt direkt hier mit dem Heli, weißt du. Ich schaue mir erst mal das hier an. Und schneide mir das hier. Uff. Wie kann ich daneben schießen? Alter. Alter, 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 alter. Schild erst mal. Das ist doch ne Drohne. Die weicht aus. Alter, wie. Uff. Die ist abgestürzt, okay. So, geht doch. Oder auch nicht. Ja, klar, der überlebt das. Klar, der Heli, ja. Wir bleiben natürlich einfach in der Luft. Nach so einem Panzerfausttreffer. Oder auch nicht. Alter. Oh, oh. Drohner. Okay. Wo zur Hölle kommt der her? Da kommt schon wieder ein Heli, ey. Hör auf. Hör auf. Junge, du sollst aufhören. Der hört nicht auf. Der hat nicht aufgehört. Oh, der hat nicht aufgehört zu hacken, ne? Goi, du triffst mich nicht. Rotflinte auf der Entfernung. Dürfte ich jetzt mal in Ruhe hacken, hier? Junge. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Hab die Blaupausen für PR17. Oh, ja. Ihr glaubt gar nicht. Oh, nice. Die Waffe ist geil. Ihr glaubt gar nicht, wie nervig. Das ist echt. Boah, das ist echt nervig, manchmal, ne? Uff. Naja. 120 Meter. Das sind 200. Gehen wir jetzt hierhin. Und mit der Waffe, die ist nice. Aber mit der Klingert. Ja, die Granate. Äh, wo ist es da hin? Hier unten. Spring doch da rüber, Junge. Ich glaube, in der Nische, da ist eine Konsole. Gegner hat Angriffe eingestellt. Halte die Augen nach dem Offen. Hör auf. Hör auf. Nö. Der hört nicht auf. Oh, jung. Oh. Oh. Ich weiß irgendwie, weil ich das jetzt mal ein Spiel mit so einer Scheiß-Steuere gespielt habe, ey. Ich hab die Blaupausen für die PA-83-Kampfdrohne. Was? Wo? Na dann. An alle einhalten. Position halten. Auf der Konsole müsstest du die PA-S-Blaupausen finden können. Prinzipiell sehr intelligente Raketen. Was haben wir hier so? Ein Scharfschützengewehr. Würde ich für die Schotwinter mal austauschen. Hör auf. Da kommt doch einer. Hör doch auf. Alles klar. Das wären dann alle. Uff. Jo, okay. Alter, ist doch gut. Oh, ja. Ja, ich... Was explodiert hier? Ich weiß nicht, Alter. Oh. Oh. Joa, äh, was war jetzt, irgendwo unten, ganz mit der Steuerung War der Eingang hier unten? Nehmen wir den Transmitter auf Komme ich von hier irgendwo da rein? Na, sieht nicht so aus, ne? Dann muss ich da hin, wahrscheinlich Uff, das ist doch witzig mit dem Schwinge runter Ja 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 Einen Heli, oh Gott Ja, ich versuch's jetzt mal, das wird bestimmt die Hölle Fahrzeug verlassen, Radio an, ja wisst ich Da unten muss ich, runter Ja, fast Servus, wenn ihr mich nicht verratet, verrate ich euch auch nicht Easy Fahr den Transmitter hoch, ich versuche den Kodierungsflüssel so schnell wie möglich zu finden Trifft doch die Drohne Der Heli Ich hab das Gefühl das wird nicht Ja, vielleicht hast du es Ach da, Panzer Pfff Pass auf Rico, ein Panzer ist auf dem Weg zu dir Jaja, hier ist so vieles auf dem Weg Ja Und gefailt, nice So, was nochmal Nice Jawohl Panzer sind unterwegs, wir in einem kurzen Eintreffen ehrlich zu sein nicht viel besser aus bin dabei ja ja Oh Gott, ja ja, 10 Sekunden Nee, uff Ja, das sind ganz schön viele Sachen, ne Ganz schön viele Dinger, die da kommen Was ist denn da nicht? Die sind aber auch teilweise echt schlecht zu treffen Nee Da kommt noch welche Ja, das wird schon wieder nichts, ey Ja, weiß ich Da sind schon wieder Drohnen Warum habe ich die nicht getroffen? Alter Das wird nichts Ich treff die nicht, ne Uff Die wird schon wieder nichts Pass auf Rico, ein Panzer ist auf dem Weg zu dir Die Panzer sind mein geringstes Problem Die triffst du wenigstens ganz easy Nee, hast sie nicht Oh, wir versuchen es einfach noch ein paar Mal, ne Nicht autorisierter Zugriff vom Haupttransmitter Trennt die Verbindung um jeden Preis Schickt jede einzelne Drohne los Bringt den Turm zum Einstürzen Sagt dafür, dass der Transmitter nicht zerstört wird, Rico Ey, wie treff ich, wie kann es denn sein, dass ich die nicht treffe, das ist Was, was explodiert denn da manchmal so schwarz Wenn ich die nicht treffe Boah, alter Das ist so schwer, die zu treffen Triff ihn doch Pass auf Rico, ein Panzer ist auf dem Weg zu dir Null, alter Ja, ich weiß Das sind einfach zu viele, ey Nicht autorisierter Zugriff vom Haupttransmitter Trennt die Verbindung um jeden Preis Schickt jede einzelne Drohne los Bringt den Turm zum Einfluss Ich treffe die Dinger nicht, ja Sagt dafür, dass der Transmitter nicht zerstört wird, Rico Dinger ist auf Anzeigen an Marsch Riko! Status? Arbeite doch dran. Habs fast. Vielleicht. Ähm, da. Du musst diese Drohnen vom Transmitter fernhalten. Bin dabei! Pass auf Riko! Ein Panzer ist auf dem Weg zu dir! Da bist du ja. Hab ihn. Download läuft. Zehn Sekunden. Ja, so viel Zeit hab ich nicht. Ich weiß, der Transmitter. Das ist so ne Kacke, ey. Ich fange an, die Blauposen zu dekodieren. Das war's. Ich hab's geschafft. Uff. Das war aber dann... Oh Gott, wie knapp das dann war. Wir sprechen uns, Sargento. Uff. Alter. Alter. Die konntest du gar nicht alle treffen, ey. Ich hab's geschafft. Entschuldigung. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Bestellte